so hallöchen herzlich willkommen hier bei minecraft stb mit mir dem pfreak so wir brauchen noch 2 1 2 1 2 1 2 kuperzahnräder wie viel haben wir hier 12 reicht oder reicht nein reicht nicht einer fehlt noch ihr stück ich dachte er wäre fertig aber naja 6 wir nehmen auch 6 klack zwei weg so wenig wir brauchen mehr davon stimmt und fehlt auch noch redstone so jetzt die beiden da unten und fehlen auch 1 2 3 4 5 6 7 8 8 davon und jetzt habe ich kein doch habe ich hier 12 12 12 12 kann ja wohl nicht wahr sein dass ich da einfach mal zu wenig von macht so klack zwei öfchen wir brauchen auch noch kisten und richter kisten bei richter brauchen so und zwar ging das 12 12 12 12 12 ich kentor bis 12 ich weiß ich weiß liebe leute ich weiß danke danke so so und so jetzt sieht euch energie kiste kiste alles gut rein gucken also blau kommt von oben wir konfigurieren und nach hinten ist orange ist ja so ist ja auch so konfiguriert der da unten ist so konfiguration der dann der ok wir testen und wir sehen es sieht gut aus oi 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 wir haben eine baumflut aber das sollte kein problem sein so 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 So, so, und gleich. Läuft. So, klack, rein. Rein, sortieren, alles klar, sortieren, super. Ja, liebe Leute, hier ist jetzt Power drin. Von daher können wir auch unsere Quarry ans Laufen bringen und hoffen einfach mal, die holt uns da unten den geilsten Scheiß raus. So. Und wir verlegen Gabel, ganz ungeniert, einfach mal frei. So, klack, klack. Kiste ist leer. Hier steht noch alles. Ein Moment, jawohl, sie baut. Herrlich. Unser Kistenparadies. Und wir gucken. Oh, ne, so nicht. Ah, das sieht schön aus. Das sieht gut aus. Da ist immer noch nichts drin. Die baut jetzt gerade alles drin ab, was sie irgendwie hat. Aber die verbraucht aber ganz schön viel Strom. Uh, minus. Da sagt's auch ab. Die Kiste hier vorne ist ziemlich voll. Aber das dürfte sich ja eigentlich relativ schnell regeln. Wenn der da oben weiter Gas gibt. Und? Irgendwie fehlt mir gerade der Ton von den ganzen Maschinen. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Geh weg, Kollege. Ach ja. Das Ding brauche ich jetzt noch ein bisschen. Zieht sich hier noch jede Menge Energie. Oh, das Ding zieht da unten aber auch mit aller Kraft. Also Cobblestone wird zerstört, soweit ich weiß. Und alles, was wertvoll ist, behält sie. Okay. Wir warten. Jetzt ist schon wieder dunkel draußen. Komm, wir probieren's mit schlafen. Ja, das funktioniert. Super. Standen die Mops nicht nah genug dran? So. Machen wir ein bisschen Mob-Action hier. So, das hört. Erstmal spielen wir wieder Bauer. Bauer. Hui, da fliegen die ganzen Sachen. Unsere Baum-Farm läuft. Unsere Query macht auch. Ja, hier drunter sitzt die. Ah, herrlich. Herrlich. Herrlich, sag ich dazu nur. Query hier drunter. Hier oben könnten wir bauen. Ich weiß, was wir hier oben hier setzen. Ich hab ne Idee. Haben wir eigentlich hier. Dirt. Bienenstock, den brauchen wir noch nicht. Ah, wie viele Bienenstöcke hier sind. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, liebe Leute. Ist keine Mob-Action da. Ist schade. Wir haben Hunger. Ah, wir können aber unsere Potatoes in den Ofen schmeißen. Ansonsten wären die, glaube ich, auch schlecht, oder? Ist der Mond nicht dabei. Keine Ahnung. Äh, so. Potatoes-Ofen. Ja, da können wir eigentlich schon mal planen. Was automatisieren wir eigentlich alles? Hm. Ich drücke, hab ich ja die Map. So, ich würd gerne den Dungeon da noch machen. Ich brauch aber auch noch Kaktus-Zeug. Heißt das so? Ich würd auch gerne mal irgendwann eine Exkursion in die Richtung wagen. Hm. Ich würd sagen, wir automatisieren die Nahrung auch noch. Äpfel kriegen wir ja. Aber ich bin dann auch für sowas wie Brot. Oh, ist unsere Query unten fertig soweit? Und da hat sie einfach nur kein Strom mehr. Das geht herauszufinden. So. Ja Leute, wir laufen hier gerade nur ein bisschen doof rum. Das ist manchmal so der Prozess bei Minecraft, dass man doof wartet. Nein, sie hat keinen Strom mehr. Toll. Die Öfen laufen schon auf Hochtouren, aber Plüpp, plüpp, plüpp. Wie schnell das hier geht, das ist. Sehr schön. Uh. Jede Menge Bäumchen. Hm. Stromgenerierung. Stromgenerierung. Leute. Warum nur immer abhängig von dem Zeug sein? So. La. Ist das Zauberwort. So. Äh. Die brauchen wir. Blindnuggets. Okay. Blindnuggets sollte nicht das Problem sein. Lapis-Shards. Okay. Sollte auch nicht das Problem sein. Und Eisen-Luggets. Hm. Wie viel machen die? Oh. Eine Rf nur. Und die. Ah. Also. Die braucht man doch schon. Wie stellt man die her? Oh. Elektrum-Nuggets. Silber-Stopp. Und Gold-Stopp. Leute. Ist das ein Plan? Hier passiert gerade wieder nix. Und wir brauchen Strom. Ich würde sagen. Nächste Folge gehen wir eine Runde fahren. Ich hoffe es hat euch gefallen. Auch wenn ich viel durch die Gegend gejert bin. Nichts getan habe. Aber. Ich würde mich trotzdem mit dem Däumchen nach oben freuen. Bis dahin. Euer P-Freak. Ciao.